Ekatepec de Morelos ist eine der 125 Gemeinden, die den Bundesstaat Mexiko bilden. Ekatepec gilt als die gewalttätigste Gemeinde des Bundesstaates und als eine der gefährlichsten des Landes. Für Frauen ist sie besonders gefährlich, denn sie führt die Liste der Städte mit geschlechtsspezifischer Gewalt an. Es ist ein von den Behörden vergessener Ort, an dem Dienstleistungen wie Trinkwasser und Strom kaum zugänglich sind. Die meisten Bewohner leben in Armut. In diesem Viertel lebten Juan Carlos Hernandez und seine Frau Patricia Martinez Bernal, ein Paar, das bald aus einem schrecklichen Grund auf den Titelseiten der Medien erscheinen sollte. Naomi Vitransilario, 28, wurde am 6. September 2018 in dem Dorf Hadins de Morelos in Ekatepec vermisst. Die Frau verließ mit ihren drei Töchtern das Haus, wie sie es jeden Morgen tat. Sie brachte ihre beiden älteren Kinder in die Grundschule und verschwand dann. Zusammen mit ihr verschwand auch ihre jüngste Tochter Valentina, die erst zwei Monate alt war. Ihre Nachbarin Nancy bemerkte ihr Verschwinden, als sie ihre Kinder von der Schule abholen wollte, aber die Mädchen warteten noch auf ihre Mutter. Die Nachbarin beschloss, die Kinder mitzunehmen, weil sie dachte, dass Nancy sich verspätet oder einen Unfall gehabt hatte. Also machte sie sich auf den Weg zu Nancys Haus. Sie klopfte mehrmals an die Tür, aber niemand öffnete. An diesem Punkt beschloss sie, Nancys Familie anzurufen, und da erfuhren alle, dass weder Nancy noch Valentina bei jemandem waren, den sie kannten. Ihre Familie versuchte mit Anrufen und SMS herauszufinden, wo sie war, erhielt aber nie eine Antwort. Ein paar Stunden später wurde eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Nancys Familie war der Meinung, dass die Polizei schlechte Arbeit geleistet hatte, da sie das Verschwinden erst am vierten Tag nach der Anzeige ernst nahm. Außerdem wollten sie die Entführung der kleinen Valentina nicht bestätigen, da sie der Meinung waren, dass das Mädchen in Sicherheit war, weil es bei seiner Mutter war. Es vergingen Wochen, ohne dass man etwas von Nancy oder ihrer Tochter hörte. Mit der Zeit setzten sich Nancys Verwandte mit anderen Familien in Verbindung, in denen sich eine ähnliche Geschichte zugetragen hatte, und nachdem sie mit ihnen gesprochen hatten, stellten sie fest, dass die Fälle vermisster Frauen in ihrer Gegend viele Ähnlichkeiten mit Nancys Fall aufwiesen. Vor allem zwei Fälle erregten ihre Aufmerksamkeit, der von Evelina Rochasmatus, die seit dem 26. Juli 2018 vermisst wird. Nach Angaben ihrer Familie verließ Evelina ihr Haus, um bei einem US-amerikanischen Händler Kleidung für sich und ihre Tochter zu kaufen, kehrte aber nicht mehr nach Hause zurück, und der Fall von Arlette Samantha Alcuin, die seit dem 25. April 2018 vermisst wird. Arlette verließ an diesem Tag ihr Haus, um eines ihrer Kinder von der Kindertagesstätte abzuholen, kam aber nie dort an. Alle drei waren alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern und hatten sich an eine Frau gewandt, die ihnen versprach, ihnen aus den USA mitgebrachte Kleidung zu spenden oder zu einem recht niedrigen Preis zu verkaufen. Evelin erzählte ihrer Familie sogar noch am Tag ihres Verschwindens, dass sie sich mit dieser Frau treffen wollte. Die Familien gaben diese Information an die Polizei weiter. Die Ermittler begannen, dieser Spur nachzugehen, um herauszufinden, was mit den drei jungen Frauen geschehen war, und nach einigen Wochen erhielten sie Antworten. Die Polizei verfolgte die Anrufe von den Telefonen der drei Opfer zurück, und es wurde bestätigt, dass sich alle drei am Tag ihres Verschwindens in derselben Gegend von Eckatepec aufhielten. Sie konnten auch ein verdächtiges Haus ausfindig machen, in dem ein Ehepaar wohnte, das nach Angaben von Einheimischen in der Textilbranche tätig war. Das Haus mit der Nummer 530 befand sich in der Straße Playa de Tijuana in der Ortschaft Hardinus de Morevus. Der Polizei fiel auf, dass eines der Telefone der Opfer an dem Ort eingeschaltet war. Im Laufe der wochenlangen Überwachung erfuhren die Behörden jeden Schritt des Paares, das in dem Haus lebte. Es stellte sich heraus, dass das Paar einen Umzug plante und sogar damit begonnen hatte, seine Sachen für die neue Wohnung zu packen, weshalb die Polizei beschloss, sofort zu handeln. Am 4. Oktober 2018 wurde das Paar bei einem Spaziergang festgenommen. Das Erschreckende an der Situation war, dass das Paar einen Kinderwagen bei sich hatte, als es aufgegriffen wurde. Als die Polizei den Kinderwagen untersuchte, stellte sie fest, dass er kein Baby enthielt, sondern eine schwarze Tasche. Darin befanden sich menschliche Überreste. Bei der Befragung des Paares stellte sich heraus, dass die Tasche tatsächlich Überreste enthielt, die das Paar zuvor auf ein leeres Grundstück in der Nähe seines Hauses gebracht hatte. Das Paar wurde als der 38-jährige Juan Carlos Hernandez und die 44-jährige Patricia Martinez identifiziert. Juan Carlos wurde 1985 in Lázaro Cardenas, Micoacan, geboren. Seine Kindheit war sehr schwierig, da seine Mutter ihn von klein auf missbrauchte. Seinen eigenen Angaben zufolge verkleidete die Frau ihn als Mädchen, demütigte ihn und misshandelte ihn körperlich. Er sagte auch, dass seine Mutter ein leichtfertiges Verhalten an den Tag legte und jeden Tag andere Männer ins Haus holte. Juan wurde Zeuge der Arbeit seiner Mutter, da zwischen dem Bett des Kindes und dem Bett seiner Mutter nur ein Trennvorhang vorhanden war. Er gab auch an, dass er von der Frau, die sich um ihn kümmerte, sexuell missbraucht wurde und dass sogar seine eigene Mutter ihn sexuell missbrauchte. Er zeigte Hass auf seinen Vater, nannte ihn einen Feigling und sagte, dass er immer alles toleriert habe, was seine Mutter tat. Als Kind wurde er gedemütigt und als Jugendlicher begann Juan mit dem Konsumieren von illegalen Substanzen. Er hatte sehr schlechte Noten und lief ständig von der Schule weg. Als er erwachsen wurde, fing er an zu arbeiten, wo immer er musste. Als Kellner, Verkäufer, Müllmann, aber er konnte einen Job nie lange ausführen, also beschloss er, zur Armee zu gehen. Er diente im 2. Bataillon des Korps der Präsidentengarde, aber auch hier blieb er nicht lange und desertierte schließlich. Patricia Martinas Bernadi wurde 1980 ebenfalls in Michoacan geboren. Ihre Familie war nicht wohlhabend, ihre Charakter wurde als unterwürfig und leicht zu manipulieren beschrieben. Im Alter von sechs Jahren wurde sie von ihrem Cousin vergewaltigt. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft zog sie nach Mexiko statt. Sie hatte einen jungen Mann als Freund, von dem sie sich trennte, weil er grausam zu ihr war. Schließlich musste sie lange Zeit auf der Straße leben und um Almosen betteln, bis sie einen Job fand. Das Paar lernte sich 2012 in einer Bar im Bundesstaat Mexiko kennen. Juan Carlos ging oft in diese Bar. Er sagte, er sei reich und prallte damit, dass er über viele Häuser und Fahrzeuge verfügte. Er lud Patricia zu einem Date ein und sie sagte zu. Der Mann sagte, er arbeite als Auftragskiller. Und nach ein paar Monaten beschlossen, sie zusammenzuziehen. Sie bekamen vier Kinder, aber statt des luxuriösen Lebens, das Juan Carlos Patricia versprach, fand sie nur Armut vor. Er verkaufte Altmetall, Kleidung, Parfüm und Lebensmittel. Patricia sagte, sie sei bei Juan Carlos geblieben, weil er ein guter Mann war und seine Kinder sehr gut behandelte. Für die Nachbarn schienen sie eine ganz normale Familie zu sein. Man sah sie oft mit ihren Kindern. Sie brachten Säcke mit Müll heraus und führten ein ruhiges Leben. Niemand wusste, was in dem Haus wirklich vor sich ging. Die Aussage von Juan Carlos und Patricia war brutal. Sie gestanden, Dutzende von Frauen umgebracht zu haben. Juan Carlos sagte, er habe im Alter von 22 Jahren zum ersten Mal getötet. Das Opfer war seine Freundin, mit der er zu dieser Zeit eine Beziehung hatte. Patricia fand erst einige Monate nach ihrer Beziehung heraus, dass ihr Mann der Mörder war. Wie die Frau sagte, gab Juan Carlos 2012 eine Anzeige auf, in der er eine Haushälterin suchte. Eine junge Frau meldete sich für ein Vorstellungsgespräch. Der Mann teilte ihr mit, dass sie eingestellt sei, sagte ihr, sie solle ins Badezimmer gehen, angeblich um schmutzige Kleidung herauszuholen, und als sie dort hineinging, misshandelte er sie und schnitt ihr die Kehle durch. Patricia, die das alles sah, drohte damit, ihn bei der Polizei anzuzeigen, aber er überzeugte sie, dass sie dann beide im Gefängnis landen würden. Nachdem Juan Carlos die junge Frau getötet hatte, schnitt er ihr ein Stück ihres rechten Beins ab. Patricia kochte das Fleisch und sie aßen es als Familie. Das war nicht das einzige Mal, dass sie ihre Opfer aßen. Sie taten es mehrmals, sogar mit einem minderjährigen, 13-jährigen Mädchen, Luz Carmen Miranda González, die eine Nachbarin von Juan Carlos und Patricia war. Nach Angaben von Araceli, der Mutter von Luz, hat Juan Carlos sie belogen und behauptet, das Mädchen sei mit einem anderen Nachbarn weggegangen, und er habe sie auf der Straße weinen sehen, weil sie Liebeskummer hatte. Natürlich war das alles eine Lüge. Sie töteten sie und aßen sie. Patricia sagte, dass sie in diesem Moment Vergnügen empfand, und begann Juan Carlos bei seinen grausamen Taten zu unterstützen. Ihre Strategie war einfach. Patricia gewann das Vertrauen der Frauen, erzählte ihnen, dass sie Kleidung, Parfüm und Schönheitsprodukte verkaufe, lud sie ein, in ihr Haus zu gehen, um es ihnen zu zeigen, und wenn die Frauen hineingingen, griffen die beiden an. Patricia gab zu, dass sie mehrmals in sexuelle Übergriffe und auch in Morde verwickelt gewesen war. Den Kindern wurde verboten, sich der Gefriertruhe zu nähern, in der sie das Fleisch der Opfer lagerten. Juan Carlos seinerseits erklärte, dass er Frauen hasse und seine Opfer wegen eines hübschen Gesichts töte, und dass er, wenn er aus dem Gefängnis entlassen würde, weiter töten würde. Er erklärte, dass es ihm lieber wäre, wenn seine Hunde seine Opfer fressen würden, als dass diese Frauen weiterhin die gleiche Luft wie er atmen müssten. Juan und Patricia sagten, sie hätten die Knochen ihrer Opfer an einen Mann mit dem Spitznamen Bones verkauft, der behauptete, satanische Rituale durchzuführen, und der für die Schädel jeweils 26 Dollar zahlte. Das zwei Monate alte Baby Valentina sollen sie für 800 Dollar an ein Ehepaar verkauft haben. Die Polizei hat die beiden aufgespürt, aber nach Angaben des Anwalts hat das Paar das Baby nie gekauft. Sie sagten, Patricia habe ihnen das Mädchen angeboten, und sie hätten es als zusätzliche menschliche Arbeitskraft behalten, da sie es unter schrecklichen Bedingungen gehalten hätten. Bei einer Inspektion des Hauses, das das Paar für etwa 50 Dollar gemietet hatte, wurden blutverschmierte Messer, mit Dünger gefüllte Eimer und schmutzige Wände entdeckt. In einem verlassenen Gebiet in der Nähe des Hauses fand die Polizei einen geheimen Friedhof, auf dem etwa zehn Opfer identifiziert werden konnten, die Polizei geht jedoch davon aus, dass es mehr als 20 waren. Während seiner Haftzeit überraschte Juan Carlos' Verhalten weiterhin, da der Mann darum bat, menschliches Blut zu trinken, da dies für ihn eine Notwendigkeit sei. Mindestens alle drei Monate riet Patricia ihm, sich die Finger zu schneiden und sein eigenes Blut zu trinken, um sich zu beruhigen. Am 20. Mai 2019 wurden sie zu vier Jahren und sechs Monaten Haft wegen Menschenhandels verurteilt, insbesondere wegen des Verkaufs von Nancys Kind. Am 11. Juni desselben Jahres erhielten sie ihre erste 40-jährige Haftstrafe wegen Femizid. Am 19. Juni desselben Jahres wurden sie wegen dieser Straftat zu weiteren 40 Jahren verurteilt. Am 7. August 2019 wurden sie wegen Mordes an einer Frau und ihrer minderjährigen Tochter zu 70 Jahren Haft verurteilt. Am 20. August desselben Jahres wurden sie für einen weiteren Frauenmord zu 40 Jahren Haft verurteilt. Am 24. September wurden sie wegen zweier Femizide zu 53 und 40 Jahren Haft verurteilt. Vor dem 1. Oktober 2019 wurden sie wegen Mordes an einer Frau zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt, während sie am 13. März 2020 wegen eines weiteren Femizids zu 40 Jahren Haft verurteilt wurden, sodass insgesamt neun Urteile gegen sie ergangen sind und sie insgesamt 367 Jahre im Gefängnis verbringen müssen. Dabei wird davon ausgegangen, dass einige Urteile noch nicht verkündet worden sind und ebenfalls zur Gesamtstrafe hinzugerechnet werden. Bekannt ist nur, dass das Paar den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf!